So, hallo? Hm. Po-i-Wette? Was ist das? Ah, das ist das Boot, was diesen Riesen-Heil, äh, Riesen-Wahl gebracht hat. The Learning of Medicine. Dieser zweite Band lehrt Ethik und bewerte Verfahren über medizinisches, für medizinisches Personal. Yeah. Aha, okay, so lernen wir also Medizin und Okkultismus wahrscheinlich, wenn wir irgendwelche Sachen finden oder so. Okkulte Sachen. Kaputt. Ein Drohbrief. Kapitän, die Abmachung ist klar. Haltet deine Leute im Zaun. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Überbringer einfach deine Zahlung. Kat. Ich kann dir sagen, Kat ist die Tussi. Hundertprozentig. Bist du der Fitz... Wie heißt Fitzroy? G-Roy, wie auch immer der hieß? Fitz... Fitzroy. Geh mal hoch. Die Kerzen und Lampen leuchten immer ein bisschen grün. Auf diesem Foto possiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht, auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Ist es sein Opi oder so? Weiß nicht. Ein makabres Andenken. Da ist das Bein. Eine Harpune. Okay, ich würde sagen, wir reden jetzt mal mit dem Fitzroy. Hallo du, du hast gesagt, wir können dürfen kommen. Ich hab' den Charles Hawkins Cargo-Manifests herausge連ene hinter euch. Aber in der Wahrheit рольst du vielleicht verabschiedet. Als ihr da gesund ist, kommt mir auf dem Deck. Ich hab' den Charles Hawkins Cargo-Manifests herausgebracht. Sie sind auf dem Billboard. Aber in der Wahrheit oat mir, gleiche dich verabschiedet. Wenn ihr da good- попад' hago, kommt mir auf dem Deck. Auf dem Deck. Diese Manifests sind für Charles Hawkins des Brahms der conclussten. Und das ist alles, was ich von ihnen bekomme. Okay, das haben wir ja gefunden, genau. So. Wir sollen dann zu ihm aufs Deck kommen. So. Ihre Papiere sind unlesbar. Wir reden erstmal über Dark World. Um Gottes Willen. Okay, wir fangen an. Was ist dieser wundersame Fang? Der wunderschöne Fug. Ist es eine lokale Legend? Nicht überhaupt. Es ist ein Episode aus unserem glücklichen Vergangenheit. Geh leid die Geschichte, die die Säler zurückgekommen hat. Es ist auf dem Wälder des Stranded Whales. Ich habe den Killerwall im Hafen gesehen. Ich bin jetzt zurück aus den Wärmen. Der wunderschöne Säler ist auf dem Wälder des Stranded Whales. Was könnte ihn getötet haben? Was könnte ihn getötet haben? Das ist wahr. Und normalerweise sind sie nicht hier gefunden. Aber, ähm... Du wirst mich für einen Fug. Gib es mal. Habt ihr gehört über die Däpfe? Trenchen, die in die Erde plungehen. Und die schelternden Kreaturen, wie auch jeder andere? Du sprichst über Mythologie. Hm. Warum werfen sie ihn so ins Wasser? Ja, genau. Ein Kraken. So. Hä? Haben wir schon. Haben wir es schon. Wer ist Kat? Okay. 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 I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Hmm. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The Warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Okay. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belongs to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Okay, wir haben ja schon das. Wir gehen. Okay. Okay, wir haben wieder einen Punkt bekommen. Stärke, nein. Stärke haben wir gut. Stärke machen wir wieder. Ja. Und zurück. Tagebuch. Neues Ziel. James Fitzroy. 45 Kapitän. James Fitzroy ist der Kapitän der Darribdes, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich meist im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Die Einwohner von Darkwater respektieren ihn. Die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei meinen Ermittlungen an. Oh. Einen Weg ins Lagerhaus finden. Sollen wir uns trotzdem wieder um? Mal mit dem reden. Ja. Wo denkst du, du gehst? Äh. Ich dachte, dass der Hawkins-Familie geöffnet wurde. Das ist wahr. Also, was du tun auf der Gäupte, in front von diesem Schiff? Hm. Wer ist die Frage hier? Der Schiff oder der Touristen? Was mehr kannst du sagen über die Todesfamilie der Hawkins-Familie? Nicht viel mehr als was jeder weiß. Ich war nicht auf der Fall. Sie waren alle totes Todesfamilie, richtig? Auf der eigenen Platz. Die ganze Mansion war in Flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. And the accident is affected him badly. He can be unpredictable. Especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No. He's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. An der Villa ist noch jemand. Okay. Da ist also das... Ich dachte, das ist das große da hinten. Aber das ist anscheinend das hier. Geh mal rumgucken. Find mir noch ein paar Sachen. Ich würde gerne rennen. Oh Gott. Darf ich da rein? Au. Die Fähigkeit der Entdeckung ermöglicht dir versteckte Gegenstände in der Nähe zu finden. Wenn alle Gegenstände gefunden wurden. Das war jetzt zu schnell. Aha. Hallo alter Freund. Hallo alter Freund. Ein Knappsflag. Okay. Machen wir das jetzt so. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Aha. Der heilige... Brendan. Descretet. I can't even say which language it's written in. Okay. Hm. Wir laufen mal. Noch irgendwas? Ich bin da. Nein. Bretter, Bretter, Bretter. Kommen wir da hoch. Nein. Hm. Er redet nicht mit uns. Mal zu den zwei. Hallo. Hallo. Oh. Was hätte ich niemals getan? Ich respekt. Unsere Beliefe? Du meinst, dass du nicht in Gott glaubst? Das ist irrelevent. Das ist das, was du denkst. Du bist, unsere Stattung, und dann die zwei Bozos hinter uns. Okay. Jetzt, wenn ich mich über das, es muss sein, es ist sie. Es ist einer von ihnen, der immer wieder zurück und zurück zu der Stattung. Es ist ruhiger. Das ist alles, was wir brauchen, um sie zu hören. Was bringt dich zu Darkwater? Ich glaube, ich brauche ein bisschen Wasser. Wow. Was mit, ähm, reparieren? Hm. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Ja, super. Wer sind die beiden? Wachen. Two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers? Skum. They're protecting their territory. From whom, I wonder. They really don't have a choice. Anyway, they're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Oh. Wer ist Cat? Is it Cat, who's shaking down, Captain Fitzroy? Hold on, hold on, just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Okay, haben wir alles schon. I've taken enough of your time. We'll see you later. Bis dann. Jetzt sei ich. Also, c'est die Frau-Wetten. Leto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay. Da ist die Polizei. Da stehen diese Psychos. Okay. Mal schauen. Was ist mit dem? Hallo? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory. But I ain't asking. You want to know more? Go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You on the other hand knows around too much. You'll have dealings with her. So, yeah, komm. I shall take my leave. So, wir gucken mal, ob wir einen Weg ins Lagerhaus finden. Das sehe ich, ja. Gut, ich will mich nur weiter schnell umschauen. Okay, ist nichts mehr. Es sieht aus, als ob es einen Weg in gibt, unter dieser Gräte. Hm? Das heißt? Wir müssen da hoch. Und wir kommen hier hoch. Okay. So. Okay, hier irgendwo muss diese dieses Drehding, die Kurbel, sein. Mal, ob wir die finden. Mit diesem Teil können schwere Lasten gefalllos, gehoben und gehalten werden. Okay. Der Hebel aktiviert ein Mechanismus. Okay. Der Hebel aktiviert ein Mechanismus. Okay. Müsste ja das sein, oder? Was wir brauchen alles. Sonst. Was? Ein Wäbelknochen, ein Wal. Wenn ein Journalistik in der Bar ist wahr, ist das Wäbel ein wirkliches Fossil. Warum macht er das hier? Er kann das weg tun. Wissen nicht, wie ich es wegglücken kann. So. Wobbel anbringen. Der Klinke anbringen. Und jetzt gib ihm. Hä, da fehlt noch was? Echt? Was fehlt jetzt da noch? Ah, okay. So kann ich es ausmachen. Auf Y. Irgendwas fehlt noch. Hier ist was. Ein Zahnrad ist Teil eines Mechanismus. Okay. Dann gehen wir jetzt hoch und kurbeln das mal auf und gehen dann unten durchs Lagerhaus rein. Okay. Okay, dann drehen wir mal. Super. Mach's halt kaputt, oder? Und nun? Sagt der was? Oh Gott. Ach, das ist die Wette. Hm, ich hatte keine Ahnung. Psycho. Okay. Das ist die Frage. Ich werde dir sagen, wie sie auch hier arbeiten. Ich entscheide, wer kommt in und wer fliege. Und wer, wer, warte meine Rüste, ich benutze sie. Ich benutze sie. Willst du jetzt Angst vor einer Frau haben, oder was? Alter, lass dich halt von einer Frau fertig machen.